Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den Flughafen hier ausgebaut und haben hier drüben, bisschen hier drüber, diesen kleinen Zug eingeführt, der jetzt immer von A nach B pendelt, mit ein bisschen Diesel unter der Haube, der jetzt auch ganz brav macht. Ihr seht schon, der macht ordentliche Finanzen auch mittlerweile. Klar, so ordentlich was er verliert, aber er macht ordentlich. Plus auch, kann man sich nicht wirklich viel beklagen, macht, kostet 1,2 Millionen im Jahr, hat einen Wert von 5 Millionen und sehen wir auch, wie viel er schon transportiert hat. Das würde mich interessieren, kann ich das raussehen? Das finde ich cool. Nee, sieht man leider nicht. Mich würde interessieren, wie viel er zum Beispiel alleine transportiert hat. Aber ja, in der Folge habe ich gedacht, wir gehen mal ein Thema an, wo ich gesagt habe, okay, da will ich mich vielleicht mal ein bisschen reinsetzen. Diese Kreuzung hier, die haben wir ja letztens mal gebaut und ich will immer noch, dass man hier sozusagen auf- und abfahren kann, wenn es nötig wäre. Von daher werde ich das jetzt auch umsetzen und mal testen auf der einen Seite. Das bedeutet, wir wollen, dass er hier runterfährt und dann muss er hier jetzt sozusagen dann Steigung zu groß. Jetzt sehen wir ja schon rein theoretisch das erste Problem. Die Steigung ist riesengroß, die hier ist. Ich dachte mir hier, war auch nicht möglich. Okay, was ist dann, wenn man sagt... Jo. Geht das nicht, dass man eine Dreie... Okay. Interessant. So. So, und dann gibt es natürlich hier jetzt auch noch... Steigung zu groß nach Angaben. Steigung immer noch zu groß. Hm. Das ist in Ordnung. Ich will aber nicht vor die Ampel kommen. Jetzt hat... Ist doch nicht so schön, wie er hofft. Aber es geht. Bedeutet, du kannst rein theoretisch von beiden Seiten jetzt... Da drauf und runter fahren. Wie man das gerade benötigt. Das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Schaut jetzt auch interessant ein bisschen aus, so wie das gemacht ist. Ähm, aber ja. Somit hast du jetzt auch halt die Möglichkeit, dass das wirklich ans offizielle Schienennetz angebunden ist. Und wenn ein Zug mal woanders hin muss, kann er ja auch abfahren. Irgendwie das Gefühl hat, ob schon das ganze Öl verflogen ist. Der fliegt irgendwie leer. Nicht gut. Aber okay, ähm... Die Ortsstaft hat zum Beispiel noch gar keine Anbindung mit irgendwas. Da tauschen wir doch erstmal eine normale Straße aus. Rentierenschreibe hier... Ah, stimmt. Ich hatte vor, dass ich das mit der S-Bahn noch anschließe. Da war was. Da sollen ja so kleine Bahnhöfe noch rein. So, okay. Bedeutet, da kommt ein Endbahnhof rein. Ah, da muss ich jetzt hier drunter. Zack. Ein passender Endbahnhof muss da jetzt hin. Ich weiß nicht, war das ein 320er? War da trotzdem 320er ein? Das ist echt lustig teilweise von mir, ne? Okay, dann müssen wir kurz hier handeln. Das muss weg, das muss auch weg. Und dann mit Shift und M und N den Bahnhof 4 passend reinbauen. Dann ist der jetzt hier auch drin versenkt. Und dann wird er dementsprechend hier jetzt auch noch präpariert. Dafür brauchen wir natürlich wieder Schienen. Zack. Und schon haben wir eine zweite Schiene. Was mir zum Beispiel nicht taugt, ist, dass hier die Bahngleise so alte Modelle sind. Geht ja mal absolut gar nicht. Das müssen schon Neuartige sein. Das Wende muss jetzt zusammenpassen einfach. So. Und dann an der Autobahn lang hier unten dran. Sollte er jetzt nicht allzu schwer sein. So, schauen wir mal, dass wir das hier schön ankriegen. So, und rein theoretisch sollte das so passen. Und ich sollte rein theoretisch bis hier drüben einfach ganz gechillt bauen können. Klack. Und somit ist eine weitere weitere Stadt an das Schienennetz angeschlossen. Hat das denn hier schon irgendwo eine Kreuzung verbaut? Ne, hat es nicht. Weißt du was, die sind jetzt Assi. Und sagen so, nö, das geht hier nicht. Nehmt euch dafür eine andere Straße. Wir haben hier drüben noch eine. Im Angebot. Ganz billig. 2,99 plus aktuell. Und dann können wir hier eine Kreuzung einbauen. Einfach mit der Schiene. Da muss ich da nichts was verändern. Dann händle ich das einfach so. Perfekt. Dann werden noch ein paar Signale geplaced. So, dann ist das jetzt auch angeschlossen. Und dann brauchen wir nur das S-Bahn-System. Linie-Schien-System. Wo ist denn das? Unter Züge. Was ist das, hä? Tramlinie und die Pus. Ah, okay. Ich brauche S-Bahn 1. Immer kurz Pause. Weil hinterm Erlensee. Also, Bottrop. Erlensee. Dann kommst du. Dann kommt nochmal der Erlensee. Nicht auf dem selben Gleis. Passt perfekt. Kommt Bottrop und Kamenz. Und rein theoretisch sollte das jetzt funktionieren. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ja ein neues System wieder. Schauen wir den gleich nochmal zu. Wir nehmen uns den jetzt gleich nochmal hier live vor. Warte mal, warte mal. Erstmal Normalgeschwindigkeit. Sonst komm ich da gar nicht mit. Wien-Meiding. S1. S1. Das hört euch doch ganz sicher so zu. Aber ganz, also echt ein schickes Modell von der, vom City Jet. Muss man echt sagen. Lassen, das ist echt gut geworden. Jetzt gehen wir wieder nach innen. Da ist eine der Minen, die wir verwenden können. Jetzt geht es über unsere schöne Brücke hier drüber. Da ist die Autobahnbrücke drei Kilometer höher. Alter, die Autobahnbrücke. Holla, die Waldwürde. Das könnte schon fast in China sein. Jetzt gehen die Schranken zu. Servus. Und, ah, holy shit. Wie viel warten auf der Seite? Das ist eine unerwartete Menge an Anstummen. Wenn man sich das so anschaut, schauen wir mal, wie die hier stehen. Ihr wisst schon, wohin ihr wollt. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Platz in dem Zug. Unterwegs nach Unterkraniching. Gar nicht fällt. Jetzt gibt er Gas. Wir haben 50 kmh drauf. 60. Auf der Strecke kann es rein theoretisch flott sein. 90. Er wird schneller. 100 kmh. Ja, langsam wird es 110. Echt flott unterwegs ist das Ding hier. Hallo. Jetzt 150 schon drauf. Oder die Waldfee. Fum. Jetzt müsstest du aber gleich da sein, mein Freund. Ich sehe schon Flugzeuge. Ich sehe noch eins. Irgendwo fliegt sicher noch eins, soviel ich habe. Das kann das Einzige sein. Aber wir sind jetzt am Bahnhof und der ist voll besetzt. Holy. Wollen wir verarschen? Wie, wir warten hier? Fast eine volle Besatzung. What? Die Stadt lohnt sich ja. Ich habe die einfach zu Tracks for Fun angeschlossen. Leute, ich glaube wir bauen noch zwei S-Bahnen oder sowas. Ist echt nicht mehr lustig. Also als erstes werden die beiden S-Bahnen auf der Strecke mal ausgebaut. Ich will die anders haben. Ihr seid zwar noch im guten Zustand, aber... Ihr seid nicht für diesen Einsatz mehr geeignet. Ich brauche eine S-Bahn. Doppelstock. ÖBB. Hier haben wir es doch. Hier haben wir rein theoretisch an. Aber hier haben wir auch die alten Varianten, die bei uns hier rumfahren, rein theoretisch. Hier haben wir hier vielleicht einfach den City-Jet, der hier drin ist. Der hält 60. Und da darfst du nochmal einen Doppelten. 25 Millionen kostet der Spaß. Der ist extrem leise. What? Du bist sehr, sehr leise, mein Freund. Aber wir hatten auch halt dementsprechend viele Leute mittlerweile. Der Zug ist ja immer noch klein. Und der wird einfach voller. Er ist bummvoll. Wo wollt ihr alle hin? Ihr wisst schon, welches gleich so hinführt, oder? Er ist nicht so voll. Ey, die haben jetzt Glück gehabt, dass sie gleichzeitig sogar fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Du müsstest doch jetzt wenigstens ein paar Leute rauslassen, oder? Ja. Da, Leute steigen aus. Und Leute steigen ein. Das ist echt brutal, also. An der ganzen Stadtverwaltung muss man, also Zugverwaltung hier muss man noch verarbeiten. Was mir müsst ihr hören, der wird nicht so schön laut. Der wird nicht so kräftig. Ich finde das Modell richtig schön auch. Erinnert mich noch ein bisschen mehr an unsere aktuelle S-Bahn und nicht an den City-Jet. Aber der Sound ist so. So ein Störgeräusch, was zwischen nochmal auftaucht. Hört ihr es? So ein Fiepen. So ein Fiep. So, ich will jetzt mal kurz gucken, ob das eh da keinen Bug ergibt auf einmal. Weil hier warten schon 170 Leute auf den Zug. Nicht, dass ich am Ende dann noch einen weiteren Zug brauche. Das ist ja unerwartet. Und? Ach, stellt die Stalle, die Gebäude erneuern sich jetzt auch. Ah, das funktioniert. Okay, und jetzt macht er sich bummvoll. Perfekt. Es warten immer noch 120 Leute hier. Echt nicht gut. Vor allem die Stadt war bis jetzt noch nicht angeschlossen ans Netz. Jetzt ist sie angeschlossen ans Netz. Sie kann von hier aus, hier vorne in den Hauptbahnhof fahren. Und von da dorthin, wo sie will. Die Stadt hat auch immer ganz andere Möglichkeiten wie sonst. Der Railjet gibt jetzt auch Gummi. Der darf gleich hier auch wieder Leute abholen. Das ist brutal, okay. Macht gleich nochmal 600.000. Fast bummvoll. Aber er hat gleich jetzt alle mitgenommen, die in die Richtung wollten. Ja. Unser S-Bahn hier ist ein bisschen, glaube ich, überfordert. 120. Bummvoll. Steigen fast alle aus und dann steigen wieder viele ein. Kommt der Gegenverkehr. Steigen viele aus. Er ist bummvoll. Aber ja, die Bilanz ist das Ganze in Ordnung. Nach München wollen jetzt wieder 80 Leute. Das wird sich aber auch gleich ändern. Da siehst du eh, wohin wir wollen. Siegburg, München und Reffem. Also wie gesagt, das ist jetzt der pure Umstiegspunkt eigentlich hier. Weil der natürlich mit seiner Hauptstrecke überall hinkommt. Aber ich glaube auch, dass ich der aktuellen Strecke noch eine vierte hinzufüge. Ich glaube, ich füge. Ich glaube, ich füge da echt noch einen ein. Und der verlässt natürlich hier gleich das Werk. Da kommt der nächste Railjet raus. Wie läuft es mit der Autobahn? Die ist irgendwie stillgelegt schon wieder, ne? Aber da ist ein Auto gerade runtergekommen. Und hier, was ist da? Ja, Pferdenschnecke 1 ist da gerade sehr im Kommen wieder. Aber da kommt auch schon wieder einer. Die Dinge sind eh unterwegs wie sonst noch was. Die Pferde runter, bremst ab. Zack. Leute abholen. Passt schon. Perfekt. Lässt alles noch nach Plan. Wie schaut unser Gebäude jetzt aus? Das ist immer noch das. Wahrscheinlich, weil ich einiges auch ausgegeben habe, ne? Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich hoffe, ihr hättet es gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.